Uh, Cutie-Kau läuft. Können wir uns das zusammen ansehen? Aber selbstverständlich, Schätzchen. Bei Höhen geht's. Ich bin's, Cutie-Kau. Wir will ne Mumamung. Die Muu-Crew. Cutie-Kau ist lahm. Ja, früher als Billy und ich kleiner waren, war unser tierischer Liebling deutlich besser. Huti der Uhu. Huti ließ sich von niemandem sagen, wie er fliegen soll. Er hat sich überhaupt nichts sagen lassen. Oder etwa doch? Hey, Billy, suchen wir unsere alten Huti-DVDs und zeigen sie Chloe. Oh nein, das lasst ihr. Ihr würdet sie sowieso nicht mehr finden. Die hab ich vor langer Zeit schon versteckt. Niedlich, wenn sie versucht, was zu verstecken. Chloe, wir haben ein Geschenk für dich. Cool, ein Uhu. Dieser Uhu ist echt was Besonderes. Zieht ihr das rein? Hu, Hu, Huti ist der Schlotz! Hu, Hu, Huti ist der Schlotz! Habt ihr damit ein Problem? Entschuldige bitte, Huti. Könntest du mir helfen, meine Lebensmittel nach Hause zu bringen? Huti ist der Schlotz! Oh! Das war lustig. Ich hab vollkommen vergessen, dass Huti Omis ärgert. Huti, du darfst es nicht essen, ohne vorher zu bezahlen. Das ist Diebstahl. Huti ist der Schlotz! Hu, Hu, Huti ist der Schlotz! Hu, Hu, Huti ist der Schlotz! Habt ihr damit ein Problem? Ich glaube, wir hätten das Chloe lieber nicht zeigen sollen. Sie ist gut erzogen. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen. Chloe ist der Schnurz! Chloe ist der Schnurz! Chloe ist der Schnurz! Das hast du verbockt. Wo ist Chloe? Ich dachte, dass sie bei dir wäre. Chloe ist der Schnurz! Wir müssen das gerade biegen, bevor Mom und Dad es rausbekommen. Wie willst du das machen? Huti ist ihr Meister geworden. Nichts da. Wir müssen uns nur durchsetzen. Chloe Thunderman! Du kommst jetzt auf der Stelle hier hoch! Wir haben endgültig genug, junge Lady! Schluss mit Chloe ist das Schnurz und Schluss mit Huti! Das bereust du noch. Und bleib draußen! Chloe! Du darfst uns nicht aussperren! Chloe ist das Schnurz! Chloe ist das Schnurz? Sie durfte Huti den Uhu! Das spricht sich Uhu aus! Komm schon! Wir warten jetzt lang genug hier draußen. Wir müssen diese Sache besprechen. Hallo? Chloe ist das Schnurz? Okay, jetzt reicht's. Ich werde die Tür aufbrechen. Hank, es spielt keine Rolle, ob wir im Haus oder draußen sind. Das Problem ist, dass ihr alles Schnurz ist. Wir müssen etwas finden, woran sie etwas Anteilnahme zeigt. Chloe guckt sich mit uns doch so gern Cutie-Cow an. Machen wir das! Das ist eine tolle Idee, Nora. Hey, hört mal alle her! Hier läuft Cutie-Cow! Gucken wir es uns doch gemeinsam als Familie an! Wir werden aber auch... Team U! Hallo! Nimm nicht ab, Mom. Wir wissen doch, was sie sagen wird. Oh, dann äh... Oh nein! Hank! Ich glaub, du bekommst einen Schnupfen! Ich doch nicht! Ich bin's Handerme... Er wird gleich super niesen! Haltet euch gut fest! Chloe! Chloe, du bist rausgekommen! Ich hab mir Sorgen um meine Familie gemacht. Das ist süß, Schatz, aber Daddy geht's gut! Nicht du, die da! Weißt du das, Belly? Wir sind ihr Nichtschnurz. Das ist toll.